Heute Morgen kam es in Gallenkirchen an einem Mehrfamilienhaus in der Goethe-Straße in der dritten Etage zu einem Tötungsdelikt. Ein Mann tötete auf dem Balkon eine Frau. Derzeit ist die Polizei vor Ort. Der Tatort ist gesichert soweit. Es wird auf das Eintreffen der Mordkommission gewartet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 wird Kunstgeist, Winde, surrender und die filled Sorten vielleicht ein Les参. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Musik ist schon alles als honour des ZDF следующers € Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020